Wegen mutmaßlicher Beihilfe zu Straftaten haben die französischen Behörden formelle Ermittlungen gegen den Telegram-Gründer Pavel Durov eingeleitet. Der Ermittlungsrichter sah am Mittwoch ausreichende Anhaltspunkte hierfür, wie die Staatsanwaltschaft am Abend bekannt gab. Durov sei zwar gegen Zahlung einer Kaution von 5 Millionen Euro auf freien Fuß gesetzt worden. Er dürfe jedoch Frankreich nicht verlassen und müsse sich zweimal pro Woche bei der Polizei melden. Eine Stellungnahme von Durov lag zunächst nicht vor. Der gebürtige Russe war am Samstagabend kurz nach seiner Landung auf dem Flughafen Le Bourget bei Paris festgenommen worden. Die Behörden werfen Telegram mangelnde Kooperation im Kampf gegen Internet und Finanzkriminalität vor. Nach französischem Recht durfte Durov maximal 96 Stunden festgehalten werden, bis ein Richter über das weitere Vorgehen entscheidet. Formelle Ermittlungen sind weder ein Hinweis auf ein Vergehen, noch führen sie zwangsläufig zu einem Prozess. Allerdings sehen Richter in solchen Fällen einen ausreichenden Anfangsverdacht, um weitere Untersuchungen anzuordnen, die sich mehrere Jahre hinziehen können. Französischen Behörden zufolge leistet Telegram Beihilfe zu Straftaten wie Kinderpornografie und Drogenhandel. Außerdem weigere sich die Plattform, Informationen über Nutzer, die illegale Inhalte verbreiten, an Behörden weiterzuleiten. Telegram hatte den Vorwurf der Mittäterschaft in einer Stellungnahme nach Durovs Festnahme zurückgewiesen. Es sei absurd, ihn für den Missbrauch der Plattform verantwortlich zu machen.